Ja, grüßt euch, Burm. Es gibt pikante weitere Details im Fall Pocher, wo wir hier schon die Weiblinghypergamie letztes Mal besprochen haben, bei den Red Pill Proleten. Aber jetzt, da wird es ja erst mal richtig interessant, ne? Nochmal die kurze Erinnerung. Da hat ja der Pocher niemals pochern lassen. Nach der Trennung war so der O-Ton sich öffentlich, ja, so Liebesbrief, oh ja, das war so toll und bitte hinterher dackeln, ne? Aber Problem ist, was wir wissen, weibliche Selektion schaut immer nach oben und damit haut er sich ja noch weiter nach unten. Wenn er sowas sagt, na nun sitze ich allein zu Hause ohne dich, was für ein Jahr liegt hinter dir? Und er nimmt hier auch die komplette Verantwortung auf sich. Da habe ich als Ehepartner versagt. Klassische Beta-Book-Dackel-Manier niemals machen, weil das ist ja nicht sein einziges Problem, als er damals hier von dem Fett-Comedy die Schelle kassiert hat. Wer die richtige Reaktion als Mann im Affekt sich notwehrhaft, ja, nach dem Recht natürlich, zu wehren in einem bestimmten Rahmen, anstatt dann so, ja, feminin zum Wächter oder zum gesichtlosen Mann den Start zu gehen, kann er natürlich dann auch machen. Aber trotzdem ist es ja wichtig, weil die Frau, das evolutionär-psychologisch-biologisch Determinierte, schaut ja mit in der Selektion. Und wenn er dann hier so kuscht, dann total unsexy war, genetrockner. Bei Joe Rogan haben wir mal was ähnliches gehört, wo diese eine Frau auch mit diesem Kämpfer zusammen war und der hat dann halt hier nicht seinen Mann gestanden. Das killt die Hypergamie, weil eine Frau, wie häufig gesagt, kann nur alle 10 Monate schwanger werden und hat ja immer den Risikoscanner. Ist der Typ wirklich der beste Deal, den ich kriegen kann? Kann er mich im E-Fall schützen? Und wenn er sich hier nicht einmal selber schützen kann, Alarmstufe Rot, da entliebt sich eine Frau natürlich mal auch ganz schnell so. Und das ist dann das Problem. Aber was mir ja hängen geblieben ist, er hat ja auch gesagt, vielleicht macht es jemand anderes besser und dich glücklicher. Es wäre dir zu wünschen. Und da habe ich mir schon gedacht, ja, ja, da wird ja schon wieder hier so rumgelinkst. Scheinheiligkeit, Tugendssignalisierung, die Klassiker, die wir da ja eben kennen. Und was hat sich jetzt ergeben? Ich bin, das hat mir eben ein Kumpel auch zugeschickt. Hier schwärmt die Amira schon von ihrem neuen Glücksguru. Der Chad Prieta zugeschlagen, wie wir ja dann hier sehen. Also in der Red Pill würde man jetzt sagen, das ist ein Warmwechsel, ein Monkey Branch. Aber das, wie wir dann herausgefunden haben oder was sie dann auch auf Instagram mitgeteilt hat, gibt es hier schon eine Pressemitteilung von der Anwaltskanzlei, wo das natürlich dementiert wird. In der Red Pill würde man jetzt sagen, die zweite Direktive Ruf erhält. In Verbindung mit der ersten Direktive, Hübergabe nie maximieren. Nur darf das halt nicht an die Öffentlichkeit gebracht werden. Es ist natürlich nicht nur das. Es ist ja auch Kohle mit im Spiel, wie wir ja hier auch bezeugen. Aber das ist ja das, was wir hier sehen. Anlass unserer Mandatierung ist die aktuelle Berichterstattung in der Bild. Soweit es dort heißt, zwischen Amira Pocher und Bion Katalitu bestehe eine Liebesbeziehung, die auch der wahre Grund für die Trennung von Amira und Oliver Pocher sei. Ist dies falsch? Also sie haben keine Liebesbeziehung. Es ist ja sehr spezifisch. Vielleicht hätten sie auch noch hier, es gibt ja noch mehr als Liebebeziehungen. Alpha, ihr wisst, was ich meine. Und sie haben sich deswegen auch nicht getrennt. Es könnte also auch sein, dass schon die Trennung da war. Und dann das Klausche Fenster. 96 Stunden Zeit vergangen sind. Und dann. Aber das ist ja natürlich alles Mutmaßung. Denn wie wir hier lesen, zwischen unseren Mandanten besteht keine Liebesbeziehung. Es sind also keine Emotionen mit dem Spiel. Falsch ist auch die Behauptung, unsere Mandanten hätten am 20.10. gemeinsam in einem Hotel in Wien übernachtet. Und da schießen die Medien natürlich häufig viel zu schnell. Deswegen wollen wir doch jetzt mal auch mit der Berichtserstattung hier kritischer ins Gericht gehen. Überraschung. Chad Preet soll Amira Pochers Herz erobert haben. Sie lernten sich im Februar auf einem Flug nach Bali kennen. Er soll ihr neuer Läufer sein. Und das ist ja hier falsch. Weil die sind ja nicht in einer Liebesbeziehung. Aber interessant, was oftmals auch eine rote Flagge ist, wenn eine Frau alleine auf Reisen geht, wenn man in der Beziehung ist, verheiratet. Und vor allem dann nach Bali. Das ist dann schon immer ein heißes Eisen. Frauen, natürlich wollen sie bloß die Welt anschauen, ja. Und Reisen, sich selber kennenlernen. Und sowas ist dann halt einfach so passiert, gell. Er vervollständigt schon ihre Sätze. Wie die Bild am Montag exklusiv berichtete, soll Amira Pocher, 31, ihr Herz an Motivationscoach und Bestsellerautor Bion Katilatu, also vereinfacht Chad Preet, verschenkt haben. Und was da ja interessant ist, natürlich wieder auch eine Falschaussage von denen, wie es ja hier nach dem öffentlichen Statement ist. Aber, wenn wir uns schauen, Thema Hypergamie. Also, der ist auch Dozent, deutscher Meister im Taekwondo und Weltrekordhalter im Umarmen pro Minute. Und was ja noch ein heißeres Eisen ist, anscheinend auch verheiratet oder hat eine Freundin und Kind. Auch immer so ein Faktor, ne. Female-Mate-Choice-Copying, wie wir oftmals sagen. Oder halt weibliche Präselektion. Wenn andere Frauen um den Mann rum sind, wenn er in einer Beziehung ist, wird er von anderen Frauen umso attraktiver gefunden. Das sind ja immer diese Teilkomponenten, die wir hier besprechen. Auch wenn, natürlich in diesem Fall, hier die überhaupt nichts miteinander hatten, auch nicht in einer Beziehung sind und so weiter und so fort. Trotzdem interessant auch immer mitzubeleuchten, diese Grunddynamiken der weiblichen Selektion. Unabhängig von diesem Fall natürlich. Pikant, am 21. Juni war Bion in ihrem Podcast Hey Amira zu Gast. Zu dem Zeitpunkt wusste keiner, dass er ihr neuer Lover ist. Was ja auch nicht stimmt, wollen wir nochmal unterstreichen. Doch wer jetzt reinhört, spürt, wie die Funken zwischen ihnen sprühen. Ja, die haben sich da einfach so kennengelernt, ganz freundschaftlich auf dem Bali-Flug. Danach war er bei ihr auf dem Podcast, auch weil er an ihrer Menschlichkeit interessiert war. Wahrscheinlich auch nochmal um sie zu umarmen. Er ist ja da auch der Weltmeister. Und natürlich auch hier, wie der Derek Jackson bei den Amis, die guten Tipps zu geben. Aber er und sie sind natürlich nicht so einer, weil wer nach außen zeigt, dass es ein sehr guter Mensch ist, durch Tugend, durch Umarmung, durch natürlich hier Menschenfreundlichkeit, der ist es natürlich auch im echten Leben, ganz klar. Die News um Amira Pocher ist eine große Überraschung, wohl auch für Olli45. Laut Bildinfos soll der Comedian von dem neuen Mann, seiner noch Ehefrau, erst kürzlich erfahren haben und bitte enttäuscht sein. Boah, aber ihr habt doch gedacht, er wünscht ihr hier wirklich das Beste, dass sie glücklicher wird und jemanden findet, der sie glücklich auch machen kann. Und das ist das ja, was ich meine. Die Leute sagen das, aber verhalten sich dann manchmal irgendwie nicht so. Aber das ist wahrscheinlich bloß ein kleiner Schluckauf dann meistens. Denn wir sind ja schon längst über unsere Triebe erhaben, wie immer alle wissen. Kann Chad Preet ihr geben, was sie an Olli vermisst hat? In dem gemeinsamen Podcast, die Pochers, den Amira und Olli trotz Trennung im August gemeinsam weiterführten, waren sie oft unterschiedlichen Ansichten. Das ist ja meistens, wenn sie sich trennen und vor allem von Frauenseite der Mann nicht mehr als Frame-Vorgeber oder als der gehört zu mir betrachtet wird, dann ist es oftmals so, oder allgemein gesprochen, erst nach der Trennung lernt sie die Leute wirklich kennen. Disziplin und sich selbst zu kennen, ist der gebürtigen Österreicherin wichtig. Amira ist Hobby-Psychologin. Das Thema Achtsamkeit liegt der Zweifach-Mama sehr am Herzen. Und das ist ja allgemein das, was jetzt spirituelle Frauen angeht, Achtsamkeit, dass da ja sehr wohlwollend Liebe, Güte geschickt wird. Vor allem, wenn dann die Kanzleien losgehetzt werden, da spürst du die Achtsamkeit und die Liebe am meisten. Ich liebe Psychologie. Ich brauche etwas, was mich geistig weiterbringt und mir hilft. Außer wenn wir jetzt hier evolutionär-psychologische Grunddynamiken beschreiben würden, weil das macht kein gutes Gefühl im Bauch hier. Da wird die Achtsamkeit dann mutmaßlich ganz schnell runterfallen. Äh, Sound! Sagt sie in ihrem Podcast und trifft damit mitten in Bjorns Herz. Die besten Geschichten schreibt das Leben, wie man schon so schön immer sagt. In Amiras Podcast Folge mit dem Titel Projekt Selbstliebe. Wie bringe ich mich in Stimmung, wenn ich mal traurig bin? Merkt der Zuhörer schnell, dass die Kimi zwischen Amira und Bjorn stimmt. Natürlich nur auf freundschaftlicher Ebene. Amira schwärmt. Es kamen so viele liebe Nachrichten, dass du ein toller Typ bist. Du hilfst ganz vielen Leuten mit deinen richtigen und wichtigen Botschaften. Auch wieder hier. Was ist das, was hier passiert? Viele Leute, Nachfrage, heiß begehrt und zack steigt er noch oben in der weiblichen Kognition der sexuellen Selektion. Aber da gab es natürlich überhaupt kein Geplänkel, gar nichts zwischen denen. Ja, ich bin ja schon so über meine Triebe erhaben und diese ewig gestrigen evolutionären Psychologie. Wir bei den Verbalwissenschaftlern, wir erziehen und sozialisieren uns einfach zu dem edlen Wilden. Amira erzählt, wie sie auf einem Langstreckenflug in derselben Reihe wie Bjorn saß und immer zu ihm rüberschauen musste, da ihr sein Gesicht bekannt vorkam. Nach Bildinformationen ereignete sich dieses schicksalhafte Kennenlernen im Februar auf einem Flug nach Bali. Amira, erst beim Aussteigen habe ich gedacht, doch, das ist er. Ich sage jetzt einfach mal Hallo. Vier Monate, auch wieder Status, erkennen wir da, ne? Später strahlt RTL Plus die Podcast-Folge mit den beiden aus und er vervollständigt im Gespräch schon ihre Sätze. Bjorn, ich liebe Menschen, deswegen ist es mir wichtig, dass es ihnen gut geht. Liebst du auch Menschen? Amira, mal so, mal so. Ich bin mit der Zeit ein bisschen Bjorn abgestumpft. Beide Lachen verlegen. Ja, ich bin der Weltenretter, ich liebe Menschen, bin verheiratet und habe ein Kind und plötzlich könnte da auch eine Affäre im Raum stehen. Na, na. Das würde ja wirklich mit dieser Guthheit, mit diesem reinen Menschenbild dann widersprechen, was ja niemals irgendein Mensch machen würde, ne? Haben sie ja sogar in diesem öffentlichen Statement durch die Kanzlei auch sagen lassen, dass da keine Liebesbeziehung ist. Und das ist ja das, da muss ja auch überhaupt gar nichts bisher vorgefallen sein, aber trotzdem merkt man, dass da ein bestimmtes Interesse da ist, was eventuell über Freundschaft hinausgehen könnte. Denn, wie häufig gesagt, attraktive Frauen wollen alles in einen Mann. Was er hat, das gute Aussehen, wirtschaftliche Investition, Kohle ist natürlich auch da, elterliche Neigung, ne, durch dieses Fürsorgliche und emotionale Bindung. Zudem achtet sie ja als zweifache Mutter auch mehr auf diese Mr. Stabil-Werte, wie Verträglichkeit, elterliche Neigung, was ja da ist, wenn er sagt, ja, ich liebe alle Menschen und so weiter und sie jetzt ja in der evolutionären psychologischen Betrachtung im Reptilienhirn, der Ex ist verstorben, der wird wegrationalisiert, weil sie ja Frauen im Allgemeinen sich viel schneller entlieben, Männer, die wahren Romantiker sind, wie wir auch hier wieder glasklar erkennen konnten und dann, wie anfangs gesagt, das Klausche Fenster nach der Trennung, der Plan B, man manchmal in der Hinterhand sein kann oder ein bester Freund, ach du hier, ach du, so aus diesem Licht habe ich dich ja noch nie gesehen und aber das ist natürlich nur allgemein auf Frauen gesprochen und es sind natürlich nicht alle Frauen so, es gibt ja auch Menschen mit Elffingern, wie wir alle wissen. Im nächsten Absatz lest man laut Bildinfos hing der Haussegen bei den Pochern schon länger schief, klingt als habe Amira, der es wichtig ist, sich ständig weiterzuentwickeln, sich nicht mehr wertgeschätzt gefühlt und das ist oftmals eine sekundäre Rationalisierung von Frauen, was wir sehr, sehr häufig sehen, wenn der Mann eben ein Beta-Buckdackel geworden ist, sich auch beta-isieren lassen hat, ja Schatz, ja ich lese dir jeglichen Wunsch von den Lippen ab, ja, und natürlich auch das Buckdackeltum, was hinter dem sich nicht während damals bei der Schelle mitunter durchgestrahlt hat, das sind alles so massive Anziehungskiller für Frauen und dann fühlen sie sich in der Rationalisierung nicht mehr wertgeschätzt, denn müsst ihr ja so sehen, wenn eine Frau euch hier als weit oben betrachtet, ist in 5 Minuten Aufmerksamkeit schon Wertschätzung für eine Woche, aber hier, wenn du in der Kognition so weit runtergesackt bist in der Beziehung, da kannst du eine Woche nonstop an der Frau dranhängen und dir jeden Wunsch von den Lippen ablesen, dann fühlst du dich aber trotzdem nicht mehr wertgeschätzt und das ist eine sehr, sehr wichtige Dynamik, die hier in diesem Text auch ersichtlich wird und Björn mit seiner achtsamen Art einen Nerv getroffen, wo wir aber halt auch die weitere Rationalisierung sehen, denn Achtsamkeit an sich ist ja nicht Anziehen für Frauen, das sind ja diese ganzen Randmarker, dass er gut ausschaut, dass er sozioökonomischen Status hat, dass er der Weltmeister im Umarmen und Deutscher Meister im Taekwondo und so weiter und so fort ist und da, ne, Weibley Kognition merkt sowas, Oh, Hochstatus und dann kommt die erste Rationalisierung Ah, der ist achtsam So funktioniert es dann Da sehen wir dann auch das Foto, er ist auch größer, Pocher hat ja nur 1,70 was natürlich auch ein Hypergames Minus gibt aber er konnte ja das wegkompensieren durch sozialen Status und so weiter und so fort aber er hält halt nicht immer und ewig, wenn da immer mehr Pedersierung voranschreitet und er sich nicht weiterentwickelt, wenn sie sich weiterentwickelt, geht sie hier nach oben, muss er natürlich mithalten, weil ansonsten hier, zack, die rote Königin nicht aufhören zu laufen In der Podcast-Folge klingt Amira glücklich, sie kichert zum Teil wie ein junges Mädchen, Interessensindikator, beide spielen sich die Bälle zu, am Ende versprechen sie sich, dass sie sich wiedersehen Bild erreichte Chad Preet am Montag am Telefon der Motivationscoach Ich möchte dazu nichts sagen Amira Pocher ließ eine Bildanfrage bislang unbeantwortet, ihr Anwalt dementiert wird sich in Zukunft noch herauskristallisieren, was da wirklich Sache ist Trotzdem ist es ja eine sehr, sehr wichtige Fallstudie auch wenn da jetzt hier die Grundpfeiler überhaupt nicht klar sind was da aber trotzdem wieder für Tendenzen sichtbar werden Das ist ja das Spannende oder zumindest die Grunddynamiken aus der Red Pill wie sie komischerweise da wieder eins zu eins so sichtbar werden wie es ja auch in sehr, sehr vielen Leben von den Männern erlebbar und sichtbar wird im Kontakt mit vielen Frauen und deswegen ist es da ja wichtig auch wie gesagt wenn sich diese Geschichte nochmal ganz anders entwickelt trotzdem die Grundpfeiler dieser Dynamiken im Hinterkopf zu behalten und dementsprechend sich vorzubereiten und am Datingmarkt zu agieren dass man da nicht aus allen Wolken fällt wie der Pocher oder rumpochert in der Öffentlichkeit dann mit so Liebesbriefen und so weil da schießt es natürlich massiv zurück Statusverlust Ansehenverlust Betaisierung und dann natürlich sind es noch diese geschäftlichen Verträge das ist ja das Nächste niemals mit einer Frau ein Unternehmen zu zweit aufbauen wo ihr dann als persönliche Marke vorne dran steht weil das endet meistens nie gut und das Nächste ist halt auch diese Gefahr wenn da keine Verträge da sind dass wenn sie dann über Gabenzweifel kriegt und weg ist wie ja auch mein Anwalt gesagt hat dass es dann ja vor allem nach der Heirat wenn dann die Scheidung kommt das Teuerste an der Heirat ist ja die Scheidung wie ich häufig sage ist dann halt auch so der Aspekt wenn da mit einem anderen in der Firma drin bist und dann die Hälfte des Wertes der Firma nehmen musst und durch zwei teilen dann kann das ja eine ganze Firma zersägen wenn die Frau dann Hälfte gehört mir und den Giovanni macht und du weißt Giovanni es geht nur ums Geschäft was ja häufig bei der Hülbergamie so eine Grundfeste ist und damit komme ich doch mal zum Ende und hoffe natürlich wie immer dass ich euch diesen köstlichsten Hass näher bringen konnte und wenn es euch gefallen hat liken kommentieren und abonnieren wir sehen uns Pfiat's euch natürlich zählong